86 So, dürfte... Es sind also nur so viele Leute da. 68 ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Gibt es ja gar nicht. Anscheinend... So... Komisch... 66 66 66 weit Augen. So, einmal probieren wir es noch. Niko, geht's schon raus. Nummer 4000 Stil des Big Chop von Whirling 159 Euro hat sich das absolut 139 Mal. 106 D 18 22 41 41 Oho Ah, hier ist schon wieder weg Ah, hier ist schon wieder weg Ah, hier ist schon wieder weg Ah, hier ist schon 150 Euro So, jetzt haben wir noch 1,7 Wir polieren und nehmen uns jetzt auf die E-Fast erst von 150 Euro 3,8 Gebrüche 3,8 1,8 1,8 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 78 78 78 78 So Wir ziehen gleich Nächster Nummer 12 Nummer 12 So Beine haben wir Unter inherently Spannende In finanzure So Sit Plot So Angere So, wir haben drei Bälle heute. Wir haben einen Blickplatz. Dann muss hier der Max aus dem neuen Meldhof. Nürnberger Max, wo ist er? Das ist der Kopfball. Nürnberger Max. So, jetzt werden wir Max von den Winterdorys. Es wird global ausgestattet, wir schaffen den Reich des Geistesplatzes. 1 1 1 1 Und jetzt geht es weiter 4 viele Kategorien haben wir noch, wir machen weiter, bitte, beim 10 fahren wir an, so, so, ähm, jetzt noch ein Moment, wo wir jetzt zahlen, 2,2 Liter, keine Ahnung, das passt so gut, das gibt es. So, Platz Nr. 6 mit 104,3 Dezibel, der Michael Lachowski. So, Platz Nr. 6 mit 105,3 Dezibel, der Michael Lachowski. So, Platz Nr. 6 mit 105,3 Dezibel, der Michael Lachowski. So, Platz Nr. 6 mit 10 Euro, der Michael Lachowski. So, Platz Nr. 5 mit 10 Euro. So, Platz Nr. 6 mit 10 Euro. Bis zum nächsten Mal.